Let's Play Channel Ey, Let's Plays für alle! Heyo, Freunde, was geht ab? Bei mir ist alles am Start, Freunde! Denn heute gibt es mal etwas Außergewöhnliches, etwas Grandioses! Und zwar, Freunde, bekommt der Let's Play Channel Kanal ein Maskottchen! Man! Yay! Geile Scheiße, Freunde! Krass! Ähm, ja, der gute Speedart1982 hat mir dieses coole Maskottchen gemacht und erst einmal vielen, vielen, vielen Dank, dass du so viel Zeit investiert hast in dieses Bild für mich, das ist einfach nur, ja, fantastisch, Freunde! Er macht richtig gute Bilder! Ihr seht's hier schon! Allein die Thumbnails, ähm, machen schon hier richtig Spaß! Die, ja, da will man einfach gleich draufklicken und sich das ganze Video anschauen, wie man so ein geiles Bild machen kann und dann auch noch so viele und dieser coole YouTuber, ähm, hat jetzt 356 Abonnenten. Meiner Meinung nach hätte er viel, viel mehr verdient. Ähm, er hätte mindestens 356.000 verdient, weil er so gute Bilder macht, Freunde! Das ist einfach nur geil! Er macht richtig gute Bilder und ihr müsst unbedingt mal bei ihm vorbeischauen. Ja, die Bilder, da kannst du nicht merken, die sind grandios! Und, ja, jetzt seid ihr natürlich sehr gespannt, wie sieht denn das Maskottchen aus? 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 Freunde, es sieht so aus! Oh mein Gott! Jesus! What the fuck? Oh mein Gott! It's great! It's so fantastic! Freunde, schaut es euch an! Ist es nicht geil? Freunde, es ist so niedlich, aber auch so, ja, so, so mysterisch. Also, dieses geile neue Maskottchen wird dem LPC-Team beitreten! Yay! Und, wir werden mit diesem Maskottchen viel Spaß haben, Freunde! Das verspreche ich euch! Ähm, leider habe ich noch keinen Namen! Vielleicht habt ihr ja gerade irgendeinen coolen Namen auf der Zunge liegen! Dann schreibt ihn doch einfach mal in die Kommentare rein! Würde ich mich sehr freuen! Ähm, natürlich, wie gefällt euch denn dieses? Oh mein Gott! Grandiose! Maskottchen! Wie gefällt es euch? Ähm, es ist so ein bisschen wie das WoW-Pad, welches, äh, Kinder Kitten heißt. Also, ich habe auch gesagt, es soll so ähnlich sein. Und, ja, es ist einfach besser geworden, fantastischer geworden. Es hat es nochmal um einiges übertroffen, Freunde. Und, ja, ich würde sagen, ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schaut unbedingt beim Speedart 1982 vorbei. Abonniert ihn, denn diese Arbeit muss gewürdigt werden. und, ja, Freunde, ich lasse euch jetzt einfach mal noch ein bisschen mit dem Tierchen alleine. Und, da wird einiges kommen, Freunde. Einiges, was wir da so machen könnten. Ja, ja, Freunde, mal schauen, mal schauen. Wir werden es sehen. Bis dahin, das war's von mir. Kodeon21. Schaut beim Speedart 1982 vorbei. Bis dahin. Ciao. Alter, Schwede, ist das geil. Alter! Wow! Fantastic! Jesus! Oh mein Gott! Das ist so, oh, es ist einfach so, so verzaubernd, so atemberaubend. Es ist einfach nur so, so niedlich und doch so, so gruselig und doch so ernst und doch so niedlich. Oh. Darauf erst mal ein Oh. Oh. Süß. Oh. 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 Amen. Amen.